Nur weil der Todesstern explodiert ist, heißt das ja nicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Benutze die Macht, Olaf. Die Macht? Welche Macht? Na, die Macht. Die Macht der Jedi-Ritte. Hab vergessen, wie das geht leider. Ja, also, also, also wirklich. Schaffe, schaffe, Häusle baue mit Wärmepumpe, du musst. Schnell, steuert das Schiff 360 Grad in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was meinst du, FDP 2, äh, ob wir beide im nächsten Teil noch dabei sind? Puh! 5, 5, 6 Untertitelung des ZDF, 2020